Bei Fribo, bei Fribo, auf dem Boden und ein Acht, bei Fribo, bei Fribo. Basteln, malen, schmecken, Gott und die Welt entdecken. Lernen, wie das Leben geht und was im Buch der Bücher steht. Bei Fribo, bei Fribo, auf dem Boden und ein Acht, bei Fribo, bei Fribo. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hier noch mal eine Sachen, hier. Oh, schöne Bücher. Ja, ja. Wunderbar. Mann, wie kriegen diese blöden Pinnen. Ach, was ist denn hier noch? Meine Tasche, die verklettern hier. Oh, Mann, was es hier alles zu sehen gibt. Ja, ja. Auch falsch. Oh, tolle Bücher hier. Oh, wunderbar. Toll. Aha. Seid, du? Äh. Julian! Christian, warum drückst du da auf diesem Plastikding rum? Das ist kein Plastikding, das ist ein Handy, damit kann man telefonieren. Das glaub ich einfach nicht. Na klar kann man das. Man muss nur am Anfang die richtige PIN eingeben und ich fürchte, die habe ich vergessen. Was ist denn eine PIN? Eine PIN, eine PIN, wie ein Passwort. Und das hast du vergessen? Ist ja komisch. Und jetzt kannst du nicht telefonieren? So sieht's aus. Jetzt kann ich nur noch 112, den Notruf anrufen. Na, dann ist es ja kein Problem. Du wählst den Notruf und sagst, dass du deine PIN vergessen hast. Nein, den Notruf, den wählt man nur, wenn man richtig in Not ist. Ja, wenn man zum Beispiel sein Taschengeld verloren hat. Nein, nicht wirklich. Na, oder wenn man sich mit Freunden gestritten hat. Auch nicht. Den Notruf wählt man nur, wenn man richtig in Not ist und ganz schnell die Polizei, die Feuerwehr oder den Rettungsdienst braucht. Du meinst, es muss erst brennen, damit jemand kommt? Zum Beispiel. Das ist ein Notruf? Das ist ein Notruf. Oh, womit? Ich komme, ich komme, das müssen wir klären. Okay. Ich komme, ich komme. Julian, ich komme. Julian, ich bin schon gleich da. Wo bist du denn? Ich komme. Wie war das? Wie war das jetzt? Wie war das jetzt mit dem Notruf? Also ganz wichtig ist, dass man den Notruf nur anruft, wenn man ihn wirklich, wirklich braucht. Das heißt also, ich muss meine Probleme alleine lösen? Also die Polizei wird sich nicht um alles kümmern können. Ich meine, mit meinem vergessenen PIN-Code, da können die mir gar nicht helfen. Ach, du, Julian, meinst du, ich meine, können wir den Notruf nicht doch mal ausprobieren? Ich will ja nur wissen, wer da will. Nein, 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 damit fangen wir gar nicht erst an. Stell dir mal vor, jeder würde da anrufen, nur weil er mal eben kurz wissen will, ähm, verstehst du? Ja, dann hätten die bestimmt ganz lustige Gespräche. Ja, das zwar, aber die richtigen Notrufe würden gar nicht durchkommen. Du meinst, du meinst wirklich, wenn der Dachboden brennen würde? Zum Beispiel. Oh, nee, nee, das wäre nicht lustig. Aber trotzdem, wie ist denn das mit dem Notruf? Ruf man da einfach an und sagst ein Problem, oder wie geht das? Also in der Schule haben wir die sechs W gelernt. Eine Geheimsprache? Oh ja, die will ich auch lernen. Erzähl mal, wie geht die? Das ist keine Geheimsprache, das sind einfach sechs Fragen, die alle mit W anfangen. Zum Beispiel, wo? Ich meine, es bringt ja nichts, wenn du bei der Feuerwehr anrufst, bei Notrufen sagst, es brennt, es brennt. Und die wissen gar nicht, wo. Nö, klar, da sage ich auf Fribus Dachboden. Okay, aber dann solltest du vielleicht noch die Straße dazu sagen, die Hausnummer, den Ort. Aber wieso? Es gibt doch nur einen Fribus Dachboden. Ja. Den hier. Ja, ja, aber bis die Feuerwehr rausgekriegt hat, wo Fribus Dachboden ist, ist der längst abgebrannt. Ja, das sehe ich ein. Also man muss sagen, wo? Auf dem Dachboden. Und dann? Dann sagt man noch, wer am Telefon ist und was überhaupt passiert ist. Ich meine, es kann ja ein Autounfall sein, es kann was brennen, es kann was zusammenkrachen, das muss man dann auch sagen. Achso, also ich sage, wo? Fribus Dachboden hier. Dann sage ich, wer? Ja, und dann sage ich noch, was passiert ist. Aber ist das schon alles? Ähm, und dann muss man noch sagen, wie viele Personen beteiligt sind und vielleicht, welche Verletzungen die haben. Das waren jetzt fünf Ws. Stimmt. Gibt's noch eins? Sechs W, doch ja. Das sechste W heißt warten. Na prima, warten. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Warten, bis mein Dachboden abbrennt. Ja, ja. Nein, nein, nein. Okay, ein bisschen Geduld musst du vielleicht haben, aber warten heißt vor allem warten auf Rückfragen. Achso, du meinst, ich hätte was vergessen? Genau, dann fragen die nach und dafür muss man ein bisschen warten. Gar nicht schlecht. Ich hoffe aber trotzdem, dass mein Dachboden niemals abbrennt. Nein, 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 dein Dachboden, unser Dachboden, der brennt nicht ab. Weißt du was, in der Zwischenzeit, wir könnten ja mal gucken, was Francesca heute für uns hat, oder? Oh ja. Hey, und da. Ciao, 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 liebe Kinder. Ach, ist das schön. Man kann wieder rausgehen. Es riecht so gut. Man kann draußen spielen und Fahrrad fahren. Oh, hallo, wer bist denn du? Ich bin Jan. Ich bin Francesca. Hallo. Hallo, und du hast hier dein Fahrrad. Was machst du damit? Ich geh jetzt zu meinem Vater und lass mein Fahrrad fahren. Darf ich da mitkommen? Ja. Oh, wie klasse. Oh, ich seh schon, dein Vater macht gerade was mit deinem Motorrad. Hallo. Hallo. Papa, ich komme wegen dein Fahrrad. Das ist aber schön. Ich bin Francesca. Genau. Grüß dich. Hi. Er hat gemein, ich darf hier einfach ein bisschen zugucken. Ja, gerne doch. Sehr schön. Ja, komm her, dann lass ich mein Motorrad stehen und wir müssen mal nach hinten das Fahrrad. Ich schieb's mal durch. Lass mal hier her, die Hebebühne, da stellen wir jetzt das Fahrrad drauf. Oh. Dann lässt es sich doch viel besser arbeiten. Ja, und wenn man viel Fahrrad fährt, muss man auch immer dafür sorgen, dass so ein Fahrrad in Ordnung ist. Und das werden wir jetzt mal zusammen machen, Jan. Was sind denn so die ersten Sachen, die man machen muss bei einem Fahrrad, wenn man es frühlingstauflich machen will? Also erst gucken wir mal nach der Luft. Das Fahrrad hat jetzt lange gestanden und jetzt wollen wir erst mal gucken, ob der Luftdruck in Ordnung ist und ob die Reifen auch in Ordnung sind. Und Jan, da kannst du mal hier drücken, ob das fest ist. Ja, ich habe hier über einen Kompressor Druckluft. Und dann prüfen wir jetzt mal schön, ob da genug Luft drauf ist. Ganz hervorragend. Das erste Rad stimmt schon mal. Und jetzt ist das voll. Und jetzt ist das voll. Und jetzt ist das mal nach dem Licht. Wir haben hier die Dynamo und vorne und hinten das wirklich. Francesca, würdest du mal die Pedale drehen? Okay. Oder drehen? Ein bisschen schneller. Jawohl. Jan, dich vorne geht auf. Ich muss es schön, Jan. Sehr schön. Okay, dann können wir wieder an. Ganz wichtig ist natürlich beim Fahrrad, dass die Katzenaugen vorhanden sind. Diesen Namen mag ich so arg. Das ist ganz wichtig, wenn man im Dunkeln fährt, damit man auch von der Seite gesehen wird. Und ganz wichtig ist auch, dass vorne ein Reflektor ist. Für den Fall, dass mal eine Glühbirne kaputt geht, dass man trotzdem gesehen wird. Auch vorne ist ein Katzenauge und für hinten ist auch nochmal ein großes Katzenauge. Dann schauen wir uns jetzt mal die Bremsen an. Weil nichts ist so gefährlich, wie wenn man den Berg runterfährt. Warte, die Bremsen funktionieren auf einmal nicht. Wollen wir mal gucken. Hier ist ein bisschen Spiel. Das können wir fester ziehen. Und schon funktioniert alles viel besser. Wie viele Schrauben dazu am Fahrrad. Ja, die Schrauben prüfen wir jetzt auch noch, ob sie alle fest sind. Jan, möchtest du mal Schrauben überprüfen? Ich fange hier vorne bei den Bremsschrauben an, ob alles fest ist. Alles auf festem Sitz prüfen? Okay. Dann geht es hier hinten weiter. So, damit ist das Fahrrad schon fast fertig. Und das Öl an der Kette, woher weiß man, dass es genug Öl ist? Wenn die ganze Kette bedeckt ist, benetzt ist mit Öl und es hier schön leicht geht, dann weiß man, dass es genug ist. Alles, was zu viel ist, würde ich ja wegspritzen und das wird wieder gefährlich fürs Fahren, weil es rutschig wird. Beim Auto hat man einen Motor, der das Auto antreibt und hier ist der Motor der Mensch. Was ist mit diesen Teilen hier mit den Speicheln? Die Speicheln, die können wir noch kontrollieren. Die sollen immer fest sein. Nehmen wir einfach einen Schraubenschlüssel und machen ein wenig Musik. Wir machen jetzt ein wenig Musik. Wir drehen jetzt mal das Rad. Und wenn wir das so hören, dann sind die Speicheln schön fest und wir wissen, sie sind in Ordnung. Dasselbe machen wir hinten auch nochmal. Alles bestens. Jan, dein Fahrrad ist in Ordnung. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne kommen. Wir müssen uns dann ausprobieren, ob das funktioniert. Jetzt kann ich sicher auf der Straße fahren. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast. Das war mir eine Freude. Ja, ich denke, wir werden jetzt einfach mal ausprobieren. Du hast schon deinen Helm. Das ist eine gute Idee. Aha, das ist super. Dann nehme ich gleich dieses Fahrrad hier. Das ist das Ganze. Kriege ich hin, kriege ich hin. Nein, das geht wunderbar. Immer dran denken. Immer mich helfen. Und liebe Kinder, wir werden jetzt unsere Fahrräder ausprobieren. Es war schön mit euch. Ich sage ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Francesca Ferrari. Also, mit den Notrufen, das ist ja gut und schön. Aber da kann man ja wirklich nur anrufen, wenn man in totaler, fribonischer, katastrophaler Not ist. Aber das ist doch gut. Ja, und wer kümmert sich dann um meine Probleme? Ich meine jetzt, wenn ich mein Taschengeld verloren habe, dann habe ich ein riesengroßes Problem für mich. Wer kümmert sich denn dann darum? Fribon, Leben retten ist wichtiger als Taschengeld. Ja, schon. Also, wenn ich jetzt mein Taschengeld verloren habe, dann ist das aber für mich ein großes Problem. Was mache ich denn da? Ja, du hast recht. Aber da können dir auch andere besser helfen als die Polizei und die Feuerwehr. Wer denn? Ich zum Beispiel. Das stimmt. Ich kann dir suchen helfen. Ja, aber wenn ich nicht weiß, wo ich es verloren habe, dann kannst du mir auch nicht helfen suchen. Ja, dann wird es schwierig. Sag mal, wie ist das eigentlich mit Gott? Ist ihm mein Taschengeld auch unwichtig? Nö, das würde ich nicht sagen. Obwohl, Gott muss auch natürlich unterscheiden zwischen wichtigen Sachen und unwichtigen Sachen. Meinst du nicht? Ja, aber steht da irgendwo in deiner Bibel was drin, dass Gottes Taschengeld unwichtig ist? Nee, so direkt nicht. Siehst du. Okay, dann habe ich mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Für Gott sind alle Sachen wichtig. Ob du dein Taschengeld verlierst oder ich meine PIN vergesse. Ja und? Hast du Gott schon mal gefragt nach deiner PIN-Nummer? Stimmt, habe ich noch gar nicht gemacht. Wir sagen immer, man kann Gott alles sagen und dann vergisst man es trotzdem. Und wie macht man das? Wie macht man dir das eigentlich? Was? Na ja, wie sagst du das Gott? Ich meine, du rufst ihn ja nicht einfach an und dann hast du am anderen Ende eine Stimme, die du hörst. Wie geht denn das mit Gott? Nein, nein, also das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Aber ich rede einfach so mit Gott. Da brauche ich keine PIN. Ich brauche noch nicht mal ein Telefon. Das klingt ja total einfach. Ja, ist es auch. Fällt mir eine Geschichte ein. Oh ja, eine Geschichte. Die könntest du dir mal erzählen. Ja, 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 bitte. Ja, ja, eine Geschichte, bitte, bitte. Na dann, mach dich rüber an dein Bett. Ich hole schon mal die Bibel. Oh ja, bis gleich. Hier war sie doch. Hier sieht es ja wieder aus. Gut. So. Jetzt kommt die Geschichte, ja? Ich brauche noch was. Sag mal, wo ist denn der Eimer? Welcher Eimer? Na, der schwarze Eimer. Ach so, da wo es eingeregnet hat. Der ist da hinten am Kamin, da rechts. Hey, perfekt. Genau so brauche ich den. Jeder Menge Wasser. Ja, aber das ist ja nur Wasser. Oh, nur Wasser. Dann kann die Geschichte aber nicht spannend sein. Wart es nur ab. Wie viel ist hier drin? Was glaubst du? Hm. Was meint ihr? Fünf? Hm? Fünf Liter? Ungefähr zehn Liter sind es. Der Eimer wiegt also etwa zehn Kilogramm. Willst du auch mal? Na klar. Pass auf. Das schaffe ich. Ich habe ganz dicke, durchtrainierte, fribonische Muskeln. Vorsicht. Hier Henkel. So, jetzt und los. Nochmal. Ist das schwer. Gar nicht so leicht. Wisst ihr, wir Menschen können mit zehn Liter Wasser etwa fünf Tage leben. Ohne Zähne putzen, waschen und rumspritzen. Einfach nur jeden Tag zwei Liter trinken. Aber wisst ihr, wer die Weltmeister am Wassertrinken sind? Die Kamele. Die saufen so einen Eimer in einer Minute aus. Das kann doch gar nicht sein, das hier nicht zu fassen. Doch, doch, doch. Und damit nicht genug. Sie trinken auch noch locker zehn Eimer hintereinander. Also, hundert Liter in zehn Minuten. Wahnsinn. Das ist alles wichtig für die Geschichte heute. Erinnerst du dich noch an Abraham? Na klar. Das war doch der alte Mann, der in ein fremdes Land zog und ganz, ganz viele Kamele, Schafe und Ziegen hatte und in Zelten lebte. Und der kein einziges klitzekleines Kind hatte. Ja, genau. Zuerst war es so. Aber dann bekamen Abraham und Sarah tatsächlich noch einen Sohn. Tschüss. Wie das passiert ist, ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber heute erzähle ich dir und euch davon, wie dieser Sohn von Abraham, der hieß Isaac, schon groß war und heiraten wollte. Aber dafür musste er noch eine Frau finden. Ach, das ist doch ganz einfach, eine Frau zu finden. Ganz leicht. Nein, 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 das ist gar nicht so einfach. Wisst ihr, im Leben gibt es kleine Entscheidungen, große Entscheidungen und riesengroße Lebensentscheidungen. Machen wir mal einen Test. Was für eine Entscheidung ist es, wenn man sich entscheiden muss, welches Stück Kuchen man isst? Oh, ganz groß, ganz groß. Na gut, eine andere. Wenn man überlegt, ob man lieber duscht oder badet? Oh, das ist eine riesengroße Entscheidung. Und wenn man überlegt, wohin man in den Ferien verreist? Oh, ganz groß, riesengroß, ganz große Entscheidung. Und wer ein Freund ist? Noch größer, riesengroß. Bei dir sind ja alles große Entscheidungen. Na ja. Was für eine Entscheidung ist es, wenn man sich überlegt, wie man seine Haare heute kämmt? Ach, klein, ganz kleine Entscheidung. Und wen man heiratet? Klein, äh, groß, klein oder groß, ich weiß nicht, eine riesengroße, lebenswichtige Entscheidung. Also Isaac wollte heiraten, aber er konnte sich seine Frau nicht selbst aussuchen. Damals wählte nämlich der Vater die Frau für den Sohn aus. Oh, da musste er ganz, ganz, ganz sorgfältig vorgehen. Denn sonst wird der Sohn unglücklich und das will ja kein Vater. Der Abraham, der war ja nun schon ganz schön alt. Über 150 Jahre. Deshalb hat er seinen treuesten Diener Eliezer auf die Reise geschickt, eine Frau für Isaac zu holen. Ja, aber der Eliezer hatte Angst. Was mache ich, wenn ich die falsche Haussuche? Was, wenn sie gar nicht mitkommen will? Was mache ich, wenn sie Isaac nicht gefällt? Und Abraham gesagt, Eliezer, geh mit wachem Herzen, geh mit Gott, geh in meine alte Heimat, nach Haran. Dort gibt es gute junge Frauen, mit denen sind wir sogar noch verwandt. Und der Eliezer nahm zehn Kamele mit und die hatten Geschenke und Stoffe und Ketten und Ringe und Armreifen, alles Mögliche. Aber Eliesers Herz war schwer. Wie sollte er das schaffen? Die richtige Frau. Endlich war er in Haran am Brunnen angekommen. Er hatte riesengroßen Durst und auch seine Kamele brauchten Wasser. Aber für so einen Brunnen, da braucht man ein Schöpfgefäß, damit man das Wasser rausholen kann. Da hatte Eliezer eine Idee und schickte einen Notruf zu Gott. Gott, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Wenn jetzt ein junges Mädchen kommt und mir zu trinken gibt, dann ist sie die Richtige. Nein, stopp. Wenn sie mir zu trinken gibt und den Kamelen auch, dann ist sie die Richtige. Kurz danach kam tatsächlich eine junge Frau mit einem Krug auf dem Kopf. Damals haben die Frauen immer so Wasser geholt. Wir haben doch einen Krug hier. Genau. Denn. Also, damals haben die immer so Wasser geholt. Und in den orientalischen Ländern machen die das heute noch so. Das ist besser für die Wirbelsäule, weil man dann ganz aufrecht gehen kann und außerdem hat man die Hände frei. Nur ich kann es nicht so gut. Ist das nicht schwer? Die junge Frau, die schöpfte Wasser aus dem Brunnen und schaute den fremden Diener interessiert an. Und Eliezer fragte, kann ich etwas zu trinken bekommen? Natürlich, sagte das Mädchen. Ich werde auch deinen Kamelen zu trinken geben, denn sie sehen ja ganz durstig aus. Und dann schöpfte sie einen Krug nach dem anderen, einen Krug nach dem anderen, goss ihn in die Trinkrinne für die Tiere. Also, zehn Kamele trinken wie viel? Weißt du es noch? Äh, ein Kamel trinkt in zehn Minuten zehn Eimer. Dann trinken zehn Kamele, ja? Ganz doll viele Eimer, glaube ich. Ja, ja, das stimmt. Denn zehn mal zehn ist hundert. Das heißt, das Mädchen hat vielleicht hundert Eimer oder hundert Krüge Wasser geschöpft. Ganz schön viel. Das war ein starkes Mädchen. Und sicherlich war sie auch hübsch und freundlich, oder? Natürlich, natürlich. Eliezer wusste, das ist die Richtige. Gott hat meinen Notruf erhört. Und dann stellte sich raus, dass sie Rebecca heißt und dass sie auch noch eine Tochter von einem Neffen von Abraham war. Also waren sie auch noch verwandt. Toll, oder? Ja, und ist sie mitgegangen? Hat sie auch Isaac gefallen? Ja, alles ging gut. Und Isaac und Rebecca haben sich ineinander verliebt. Die haben geheiratet und wurden ein Ehepaar. Also eine ganz riesengroße, lebenswichtige Entscheidung war gut ausgegangen. Schön. Und was sie alles noch erlebt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Also die Sache mit der Brautsuche, die war für den Knecht Eliezer ja ein richtiger Notruf, oder? Ja. Weißt du, der hat sich gedacht, ich kriege das alleine überhaupt gar nicht hin. Ich muss unbedingt Gott mit ins Boot holen, sonst klappt es nicht. Dann hilft Gott nicht nur den wichtigen Leuten? Nö. Ich glaube, Gott hilft jedem. Ich glaube, Gott hilft einem sogar, wenn man schuld ist an der Lage, in der man steckt. Echt? Das heißt ja, ich sag ihm einfach, was ich für ein Problem habe und plötzlich ist es gelöst. Äh, so einfach ist es dann auch nicht. Gott ist ja da kein Wunschautomat. Schade eigentlich. Stell dir mal vor, wir streiten und du bittest Gott, dass ich einsehe, dass du Recht hast. Und ich bitte Gott, dass du einsehst, dass ich Recht habe. Also, das ist ja kompliziert, da möchte ich aber nicht Gott sein. Da bin ich lieber Fribo und sage ihm einfach mein Problem. Genau, und so mache ich es auch. Und dann weiß ich nämlich außerdem noch, dass es bei ihm in guten Händen ist. Oh, das stimmt. So. Und jetzt gucken wir doch mal, was die Wilma in ihrer Werkstatt für uns vorbereitet hat. Oh ja. Ja, viel Spaß. Hallo? Wilma, bist du dran? Ja, natürlich. Wo soll ich denn sonst sein? Wie geht es dir denn heute? Oh, ganz gut. Gibt es was Neues? Keine Ahnung. Aber ist ja auch irgendwie doof. Ich telefoniere so gerne. Aber alleine macht das irgendwie nicht so viel Spaß. Was machen wir denn da bloß? Haha, ich habe eine Idee. Wir bauen ein Telefon, mit dem kannst du mit deinem Freund telefonieren oder mit deiner Freundin und ich auch. Und dann macht es mehr Spaß zu zweit. Dafür braucht ihr auf jeden Fall ein paar lustige Plastikbecher, eine Spitzschere und eine normale Schere und ein bisschen Band. Und dann geht es schon los. Zwei Plastikbecher für ein Telefon werden gebraucht. Jetzt kommt die Spitzschere. Achtung, Vorsicht! Da wird mit der Spitzschere hier einfach ein Loch reingebohrt. Und jetzt unsere Telefonschnur. Je nachdem, wo eure Freundin, euer Freund oder mit wem auch immer ihr telefonieren wollt, wohnt, muss die Schnur dementsprechend lang sein. Ich möchte gerne mit euch telefonieren. Sie muss ganz lang sein. Also, schnippel die schnapp. Die Schnur ist ab. Ja, ja. Und jetzt, Achtung, einfach in dieses Loch stecken, was ihr gerade geschnitten habt. Rausziehen und am Ende ein Knötchen machen. So, und dann noch eins. Dann kannst du nämlich nicht mehr wieder rausrutschen aus dem Möschli. So. Fest. Andere Seite. Und Achtung. Jetzt geht's so rum. Manchmal ist das Band ein bisschen ausgefremelt. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil dann schneiden wir es einfach mit einem Stückchen ab. Und stecken das dann durch das Löschli durch. Wieder ein Knötchen. Zack, 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 zack. Ui, 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 mein Armstelefon. So. Und noch ein Knötchen. Und wieder langziehen. Fest. Jawohl. Und jetzt. Ha, ha. Ach, gut. Nehmt ihr ab, wenn ich anrufe? Ha. Hallo. Ich kann euch telefonieren. Geht's euch gut? Ha, ha. Ha, ha. Ja, 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 verstehe. Also, damit man gut telefonieren kann und gut hören kann, muss das immer schön straff bleiben. Ja, kann ich verstehen. Also, ihr wollt ja auch alle telefonieren, ist klar. Ihr wisst ja Bescheid. Unsere Homepage. genaue Anleitung runterladen und los telefonieren. Und wer weiß, vielleicht sehe ich bald Häuser, wo von einem Balkon zum anderen Telefone sind. Und ihr telefoniert. Das machen wir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Telefonieren. Ach, wen rufe ich denn jetzt mal an? Oh, ich liebe Wilma. Ich liebe Wilma. Wilma ist so schön verrückt und so wild. Ach, so schön ist das mit Wilma. Ihr seid euch echt total ähnlich. Ja, das glaube ich. Aber sag mal, redet sie auch manchmal mit Gott? Ich glaube schon. Doch, so was hat sie mir mal gesagt. Klingt eigentlich ganz total verrückt. Ich meine, wir reden mit jemandem, den wir überhaupt nicht sehen können. Wir reden mit Gott. Na und? Dafür hat Gott total viele Möglichkeiten. Ich meine, der hat sich doch die ganze Welt ausgedacht. Der weiß alles und er sieht alles. Der weiß alles? Wirklich alles? Ja, findest du das nicht gut? Stell dir mal vor, wenn Gott alles weiß, dann weiß er ja auch das, was nicht so gut ist. Das stimmt. Aber ich glaube, ich finde den Gedanken sogar beruhigend. Weil wenn Gott alles weiß und er mich trotzdem lieb hat, das finde ich gut. Ich meine, wenn das nicht so wäre, dann fände ich es auch ziemlich unheimlich. Und der kann wirklich alles? Ja, der hat sich doch die ganze Welt ausgedacht. Also auch dich? Ja, aber manchmal hätte ich gern zwei Zähne. Nein, nein, nein. Ich finde dich ganz perfekt, so wie du bist. Na, wenn du meinst. Sag mal, kann ich denn auch mit Gott reden? Na klar. Ah, wenn er sich dich ausgedacht hat und die Welt, dann will er auch von dir hören. Könnte ich dann, wenn ich in meinem Koffer abends liege, mit ihm sprechen? So mache ich das auch. Immer bevor ich schlafen gehe, dann rede ich nochmal mit Gott. Und dann sage ich ihm danke für alles, was an dem Tag gut gelaufen ist. Und auch die Sachen, die irgendwie nicht so gut waren. Und antwortet er auch? Naja, so mit einer richtigen Stimme nicht. Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Aber ich glaube, dass man trotzdem Gott hören kann. Das klingt aber gut. Muss ich auch mal ausprobieren. Obwohl, es wäre mir lieber, er würde direkt antworten. So wie wir uns jetzt gerade unterhalten. Ich glaube ja, er redet auch zu uns. Nur, wir hören nicht so richtig hin. Vielleicht ist Gott auch so leise. Ich glaube eher, wir sind viel zu laut. Sag mal, hast du schon mal deinen eigenen Herzschlag gehört? Nö. Kann man den hören? Ja, aber nur, wenn man ganz leise ist. Also, ich höre nichts. Ja, nee, so geht es auch nicht. Wir brauchen... Was suchst du denn? Ich suche ein altes Hörrohr. Aha. Wozu braucht man denn ein Hörrohr? Du hast doch Ohren. Nee, ein altes Hörrohr, das nimmt man zum Beispiel, weißt du wer das nimmt? Hebammen. Die nehmen das. Damit können sie hören, ob es dem kleinen Baby im Bauch auch gut geht. Aha. Okay, und wir hören jetzt mal den Herzschlag an. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Holz! Nee, 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 hören, nicht fressen. Ach so. Also, ich erkläre es dir. Ja. Die breite Seite, die kommt ans Ohr. Bei dir? Ja, so. Ja. Und die schmale Seite kommt dahin, wo das Herz ist. Wo ist denn ich erst? Hier ungefähr, ne? Guck mal. Sprichst du jetzt mit meinem Herzen? Hörst du was? Ganz leise, aber ich habe es gehört. Ja. Gar nicht schlecht, das Ding. Ich will auch mal. Ich will auch mal hören. Was willst du hören? Dein Herzschlag. Ob ich lebe? Ja. Okay. Warte, dann geht das an dein Ohr. Ja. Das wird ja gar nicht so leicht hier. Und ich halte das mal hier an mein Herz. Ja. Okay? Ja. Ich höre aber nichts. Oh, ein bisschen weiter hier. Lebst du? Und? Ich höre nur so ein leichtes Bumm, Bumm, Bumm. Ja, das ist ja das Herz. Mehr nicht. Das ist doch das Herz. Ach, das ist das Herz? Ja. Hoffentlich klingt meins schöner. Aber es ist eine tolle Erfindung. Nur schade, dass es so leise ist. Ja, stell dir mal vor, dein Herz würde ganz, ganz laut schlagen. Dann würde es dich den ganzen Tag stören. Na gut, aber Gott könnte schon etwas lauter sein. Ich meine, Gott stört uns ja nicht. Und wenn nun alles laut wäre, was wichtig ist oder was wichtig sein will? Oh, das wäre ja ein Lärm, ein Krach. Ja, da würde ja alles Lärm machen und alles würde rumbrüllen. Ja, aber wo muss ich denn nun das Führerrohr hinhalten, wenn ich Gott hören will? In die Luft? Nein, mit dem Hörrohr kommst du da nicht weit. Aber wenn wir beten, dann ist es so wie ein Hörrohr. Na, da scheint mir das mit dem Hörrohr aber einfacher zu sein. Ja, auf den ersten Blick vielleicht. Aber wenn du Gott schon einmal gehört hast, dann ist es beim zweiten Mal noch leichter. Pass auf, du hörst noch mal mein Herz, ja? Oh ja. Das geht zu dir. Das kommt zu mir. Hörst du es? Ja, klingt immer noch leise. Aber du hast es schneller gehört. Ja, das stimmt. So ist es auch mit Gott. Wir können zwar mit ihm reden, aber wir müssen auch lernen, ihn zu hören. Also ich bin froh, dass ich nicht nur ruhig sein und hören muss, sondern dass ich einfach losquatschen kann und Gott trotzdem hören kann, wenn ich leise bin. Stimmt, da hast du auch recht. Sag mal, ich werde mal wieder runtergehen. Ich glaube nämlich, meine PIN liegt da unten. Gut, das meine ich bei Gott. Dann kann ich auch wieder telefonieren. Oh ja, aber gut, dass man bei Gott nicht so was braucht. Keine PIN-Nummer. Da hast du recht. Mach's gut. Jo, tschüssi. Julian. F-R-I-B-O Fribo!